Hey, Johnny, du hast es geschafft. Alles da, Buddy. Igitt. Ich mein Volk Hallmann. Verzeihung, Doktor, Ihre Frau ist am Telefon. Sie sagt, es sei dringend. Entschuldigen Sie mich, ich bin gleich wieder da. Willst du es sehen? Willst du dein Kind sehen? Ich kann es von hier aus sehen, danke. Siehst du aus der Nähe an, das ist dein Kind. Nein, 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 geh weg. Los, komm her, du musst es dir aus der Nähe ansehen. Das ist nah genug, Johnny. Ein ganz schönes Kerlchen, komm her. Okay, kurz aus, empfang. Was ist das? Oh, scheiße. Oh Gott. Mann, da sollte mal ein Kind draus werden. Was kann ich denn dafür, du Grobmotoriker? Warum fängst du es nicht? Wir müssen das irgendwie auflöffeln. Da steht, nimm die leeren Becher, versuch es damit. Na Gott. So wird das nichts, du musst zwei nehmen, löffle es in den anderen Reichen. Oh, scheiße, oh, fuck! Oh, fuck! Oh, mein Gott! Oh, fuck, fuck! Oh, mein Gott! Ich habe alles im Gesicht, das haben wir dir auch. Oh, scheiße, du musst beenden. Oh, mein Gott, ich habe es im Mund. Hey, warte, mache ich Foto, tue ich Facebook. Nein! Hashtag Grr-Montag. Oh, mein Gott! Hören Sie, es tut mir wahnsinnig leid. Es tut unschrecklich leid. Naja, nicht so wild. Das ist der Ausschuss mit zu geringer Spermienaktivität. Ah, hast du gehört, Johnny? Du bist vollgesaut mit Sperma von alten Knackern. Anscheinend war es Herrn Jones auch schon hier. Fuck! Oh, mein Gott! Ich rei Kranke von Ale-Nehon-Nライ. Ich rei Kranke von Ale-Nehon-Nlüin. Bis zum nächsten Mal.